Ich war während dem Krieg hier. Wir haben nur vier Tage für diese Geschichte. Vier Tage für so ein Dorf wird mir alles genug sein. Haben Sie diese junge Frau gesehen? Jetzt ist es schon über drei Monate her, dass sie nach Bosnien gefahren ist. Es gibt einen Film. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Männer, Frauen, Kinder wurden exekutiert und vergraben. Sie lieben unsere Stadt so viel, dass Sie nicht nach Hause gehen? Ich habe nur die Geschichte recherchiert. Frank! Frank! Zuerst verschwindet der Vater, dann seine Tochter. Niemand weiß, wo sie ist. Sie ist nicht hier, sie ist nicht in Sarajevo. Glauben Sie wirklich, dass sie noch lebt? Es ist ein Mann, der Name Bojan. Und ich glaube, er hat sie gesehen. Alles, was du filmst, gehört mir. Das ist meine Stadt, meine Stadt, meine Leute. Was haben die Menschen hier für ein Problem mit deinen Toten? Sie haben kein Problem mit dem Toten, sondern mit dem Leben. Denn die stellen Fragen, die sie besser nicht stellen sollten. Was haben wir eine突然- Was haben wir nicht immer wieder? Was haben wir heute? Wie gesagt, wir sind von der Frau Stuhl und den Film jongeren. Das ist die Frau Stuhl. Was haben wir noch etwas Zeugtäude? Untertitelung des ZDF, 2020